Ja, da war die Berührung. Da kommt David schon mal links ein bisschen hinter den Körper und kommt sehr schnell hier zurück auf die Strecke. Dann müsste man gleich außen noch mal das Lomo sehen. Und hier hätte auch noch mal zurückfahren können zum Grenzpunkt, dann hätten beide Platz, ja, da hätte er aber jetzt... Oder einfach mal... Jetzt hat er mal einen Übersteuerer gehabt. Hier, da hat es freilich einen Übersteuerer vorher gehabt. Und das mal von außen sehen. Ja, das geht nicht gut, dass die Autos so sicher sind. Aber trotzdem hätten wir, wie wir heute hier haben, dass wir noch mal einfach schauen, dass jemand noch von außen... Da sieht es natürlich auch, dass David zurückkommt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir gerade gesehen, weil ich hatte auch einen Übersteuer vorher, wenn wir vielleicht noch mal so fünf Sekunden zurückgehen könnten. Wenn wir die Bilder noch mal sehen, wäre schön, dass wir da nicht... Oder auch David schon mal haben, wenn wir da nicht mehr einschlagen haben, dass wir da nicht mehr einschlagen haben. Das hier passiert.